Musik 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 Alarm! Alarm! Was ist los? Was ist los? Wer ist gefährlich? Wen töten wir? Schwein! 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 Was? Was? Was ist los Katze? Er war langweilig Oh mein... Aber es ist schon wieder Tag Es ist in Ordnung Ist doch gut Katzen sind nachtaktiv Jetzt war ich langweilig, wir sind wach Jetzt können wir weitermachen, alles gut Ich bin schon wieder müde Können wir jetzt weitermachen? Ja bitte Alles gut Wir machen weiter Ich bin jetzt fast ausgeschlafen Heute ist ein besserer Tag Ich brauche mehr Stein Ich will diese Insel hier schön rundrum bauen Bitte Geht das? Ist doch Stein oder? Wieso willst du die Insel rundrum bauen? Nicht rundrum Ich möchte hier bitte zumachen Ich will nicht dass unterhalb der Insel irgendetwas ist Die Insel muss unten genauso stabil sein wie oben Das ist ganz normal für einen Magier-Turm Ich habe unsere Boote wieder hingestellt Ich weiß hier Wir müssen alles unterhalb der Insel ausbauen Dann müssen wir noch zusätzlich rundrum eine Schicht machen So als Stabilisator Mal los Katze Er weiß schon was er tut Achso ich wollte ihm jetzt helfen Aber wir haben doch keinen Stein mehr oder? Doch ich habe noch eine Menge Dann her damit Dann kann ich auch gerne helfen Ich brauche ein bisschen Stein Hallo? Jetzt habe ich Ich bräuchte vielleicht auch ein bisschen an Ich habe einen Apfel Menschen wir sollten vielleicht doch wieder zur Insel fahren Ich fahre voraus Tschüss Na gut Katze Hier raus Bin da Einsteigen bitte Nächster Halt bei Katze zu Hause Und die raus Wie ging es dir heute so nacht? Hast du auch von hübschen Magier-Türmen geträumt? Ich habe im Stehen geschlafen Ach Im Stehen geschlafen Ja Du steckst mich an mit deinem Gäden Ja Ich bin eigentlich wach aber Du steckst mich an Du gehst die ganze Zeit Ja du steckst mich an So Komm Hör auf mit der Diskussion wer wen ansteckt Wir brauchen Ressourcen Jemand soll Fische fangen und jemand bauen So was sind Steine Weil hier sind ja die ganzen Steine Warum haben wir nicht alles mitgenommen? Das weiß ich nicht Das sind aber nicht alles Steine Doch Steine Dazwischen sind auch Steine So ich brauche ähm Essen Ich habe einen goldenen Apfel aber Bei dem schau hier für dich Du kriegst den goldenen Apfel Weil du mir immer so viel geholfen hast Und du mir immer so viel Essen gegeben hast und so War das nicht meiner? Der goldene Apfel? Ne den habe ich gefunden in der Höhle da unten Und ich war zuerst Brauchen wir noch irgendwas? Ich habe jetzt Steine Ich habe äh Wir brauchen Essen Ja ich habe 10 Fische das reicht Ne das reicht niemals Für mich reicht das Nicht bei dem wie viel wir arbeiten an einem Tag So Moment ich bin gleich da So ich habe hier noch Hammelfleisch Ui diese Fische wurden Wisst ihr was Leute ich nehme noch Ich nehme noch einen Ofen mit auf die Insel Ja das ist gut wir können uns zwar einen auf Stein machen aber mach ruhig So ist mir jetzt aber kein Ofen geklaut oder? Ne ne ich baue einen dort Das meinte ich eigentlich So Hast du Holz dabei? Einsteigen bitte Der Mann Südrichsexpress fährt los Wo fahre ich richtig ja? Ja ja irgendwie schon Vielleicht wenn du Glück hast ja Oh ups Ja du bist richtiger gefahren als ich Das sieht irgendwie aus wie die Geburtstagskerze von weitem Aber ihr seid euch sicher dass wir da bauen sollten Daneben ist so ein Unterwassertempel gedönst Dings Ja da ist es noch besser da haben wir noch mehr Energie davon Wenn wir es hinkriegen durch Gold oder durch diesen Redstone eine Leitung zu machen Dann hätten wir das Leben ein bisschen einfacher Was für eine Leitung? Eine Leitung aus dem roten Gestein Ja davon habe ich doch schon ganz viel geholt Ja ja klar aber eben wenn wir es hinkriegen von diesem Tempel In diesem Unterwassertempel ja Eine Leitung zu machen Achso okay okay Zum Magiaturm haben wir mehr Energie Du das sagst glaube ich dieses Mal Sind da nicht ganz viele Fischis? Das sind böse Fischis ja Ach ganz runter bis zum Boden Und dann noch eine Schicht rundherum Salzstabilisation So das sollten wir schon hinkriegen Babidi 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 Das Lied Das Lied Das Lied Das hat mein früherer Schiffskamerad immer gesungen Babidi 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 Hab ich noch nie gehört Nicht? Nee Das ist mir neu War sein Name auch irgendetwas wie Ähm Wie war sein Name nochmal? Ähm Egal Hä Ne egal Ich ja nicht Oh toll meine Diamantacke ist kaputt gegangen So Warum reißt du jetzt wieder alles ab was wir gebaut haben? Ich reiße nicht alles ab Ich reiße einen Teil ab Das ist ein großer Unterschied Aber warum? Ich zeige dir gleich warum So Moment So 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 Weißt du was hat er da noch Katze? Überhaupt Hat wer vor euch ne Schaufel? Ja Äh Nein Ich hab nen Knopf Knopf Ich werf ihn dir runter Knopf Willst du den Knopf haben? Das ist aber ein Stein Knopf So Siehst du jetzt haben wir einen Zugang zu dieser Höhle hier Ohhhh Das braucht doch kein Mensch Warum denn? Ich dachte Das Ja Du weißt wie ein Magiertum gebaut wird Ich vertraue dir Ich vertraue dir So Will jemand von euch hammelfleisch? Ich hab Fischis Ich bin auf strenger Fischidät So Sehr gut Sehr gut Sehr gut Ja Ich muss sagen mir gefällt deine Art und Weise zu denken Sehr schön Du meinst gar nicht? Hm Äh Sagen wir so Simpel Okay Okay Das nicht mehr Du weißt dass du ja nun Ja das ist natürlich Ja das ist auch möglich Ja genau Ja ja Wieso nehmt ihr jetzt zwei verschiedene Steine? Äh Ah okay ich dachte du für Du markierst nur ich wusste nicht dass du schon auf willst So Gut Äh ich mach den Ofen nun hier dazwischen Okay 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 So Äh Äh Haben wir überhaupt irgendwie ne Craftingbox hier? Ich hab Ich hab doch gefragt ob du Holz mit dabei hast Hast du Holz mitgenommen? Ich hab kein Holz mitgenommen Ich wurde Holz Aber warum hab ich das denn gesagt? Ich wurde Holz Weil er dir nicht zuhört Ja Ich bin so müde Mann Ihr müsst lauter sprechen damit ich euch auf der anderen Insel höre Oh Okay Ach Reitems Ach Reitems Hey Was denn? Warum hast du mich geschlagen? Hab ich nicht Leute wo ist denn das Holz? Äh In den Küsten Ah Okay Weiß ich nicht mehr Ich werd's schon finden Wird der bei dir auch noch hier rum? Ui Der ist grad bei mir weggeflogen Ich glaub die magie wirkt schon Ja Das hört sich gut an So ich würd sagen wir müssen den Eingang machen Und den Eingang bauen wir hier Was heißt du davon ist noch ein hübscher Eingang? Ich würd sagen wir sind schon fast fertig damit Attraktivste Eingang den ich je gesehen hab Katze So Dann müssen wir dann die ganze Energie nach oben leiten lassen Ich würd sagen eigentlich sollte uns nichts im Weg stehen dass dieses äh dass alles hier funktioniert Außer natürlich dass das nicht aufgefüllt ist Ich bin wieder da Willkommen zurück Guten Tag nie raus Irgendwie hab ich Katze nicht gehört ich konnte nur Masi hören die ganze Zeit Ja Katze ist ja auch ein stilles Kätzchen Hallo ich bin ein stilles Kätzchen Holz So äh hier Holz für euch Oh Holz Danke dir vielmals für das Holz Das erfreut mich natürlich sehr Was habt ihr denn hier Ich baue mal einfach nach auf der anderen Seite Ja So Danke für das Holz So wo ist das da 58 Stück Haben wir hier Und da gehen wir rein Ja das können wir eigentlich entfernen Und da können wir eigentlich hier eins und hier eins Ah ich beleuchte es noch schnell aus Damit in der Nacht hier keine Monster kommen Werden wir das ganze so weiter hoch bauen oder Ja Wir werden dann einige Sachen noch ausfüllen müssen Aber ich würde sagen Vorerst bauen wir alles Ich hab keine Fackeln mehr Ich hab hier noch welche für dich Danke dir ich möchte hier draußen alles sicher ableuchten Verstehst du Sooo Das ist vielleicht gar nicht so blöd Dass es sicher ausgeleuchtet ist Ja Ja das ist eine sehr gute Idee Wir werden nämlich den Turm sicherlich noch ein bisschen verändern müssen Mit den neuen Materialien Aber Da ist natürlich immer nur die Frage Wie gut verändern wir das Ja das kannst nur du Wessemarsi Wieso denn Ich weiß wie gut wir das machen Aber die Frage ist halt Wie gut sind unsere Materialien Ja Ich hab sehr viel sehr viel sehr viel besorgt Also daran soll es nicht liegen Und ich hab auch noch viel Zeit mehr zu holen So Also Oh 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 Wissen wir das Ich dachte wir könnten den Levitationszauber nach oben machen Ganz vergessen Keine Zauberer Wir haben doch bis jetzt nur normale Steine Das wird doch noch nicht wirken Ja ich hab gedacht gehabt wir werden schon ein bisschen weiter Was wollte ich tun Ah ja genau ich wollte hier eine Kiste hin tun Ist das so richtig die erste Kammer Wie meinst du richtig Du hast im Schlaf geredet Du hast gesagt Einzelne Kammern Ich hab gesagt Das ist die erste Kammer Hast was von fünf Kammern geredet Ja genau Bedeutet das hier ist die erste Kammer Fünf Kammern und drei Unterkammern Also drei kleinere Kammern die die Magie aufteilen Woher weißt du das Wann hast du denn im Schlaf geredet? Wann hast du denn im Schlaf geredet? Ich hab nichts gehört Ist schwierig zu verstehen während er so leicht schnarcht Ich schnarche und rede gleichzeitig Ja nie gehört Es muss ja richtig sein weil Woher sollte Katze das sonst wissen? Das stimmt Interessante Informationen die du da bekommst Hey aufpassen Ja Vorsicht ich hab hier nen Bogen und du stehst oben Was willst du mir damit sagen? Dass du aufpassen sollst Katze Warum? Weil du ins Nasse fallen könntest Halt Stein dahinter Ja ja Genau Masi du sagst das Ja ja Was sag ich? Tut mir leid ich war grad in Gedanken versunken Aber darüber nachgedacht wie schön unser Magierturm sein wird Und vor allem hab ich darüber nachgedacht wie toll unser magisches Bier sein wird wenn wir fertig sind Magisches Bier? Ich liebe Bier Ja natürlich es gibt magisches Bier hast du das nicht gewusst? Nein Woher soll ich das wissen? Magisches Bier wird gemacht aus der stärksten Magie die es gibt Boah das ist okay Was muss ich tun? Ich mach alles Sag mir was ich machen muss Nein ich liebe So Leute ich mach mal schnell eine Türe vorerst und dann würde ich sagen gehen wir ne Runde schlafen Aber ich will das Bier Hör zu Für das Bier müssen wir zuerst die Magie haben Dann müssen wir vier magische Wesen finden Und diese vier magischen Wesen sorgen dafür dass wir mehrere 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 Fässer Bier brauchen können So wie damals an der Schule Ähm kannst du mal bitte Dida zu denen da machen und hoch bringen? Gib her ich mach das Äh Dida zu Was da? Ich weiß was er meint Ich weiß nicht was er meint aber okay So Gut Hm Du hast aber nur drei runter geworfen ist das richtig? Nein Dann hat Marzi noch welche Was denn? Ich verstehe gar nicht Was hast du was denn? Die Steinziegel Ich hab drei Steinziegel bekommen Ich hab gar keine Steinziegel ich hab Steine runter geworfen Achso In dem Fall hier das ist der Stein Aber dafür brauchen wir mehr Öfen für wir haben nur einen Aber ich hab Steine runter geworfen Nein Bruchstein Nein ich hab Steine runter Jetzt aber ich freu mich selber runter Dann hat Marzi das Ist mir egal ich hab noch was Ah no ich hab da Stein tatsächlich Ja Marzi Ja tut mir leid ich hab mich so früh geweckt ist ja nicht meine Schuld Hm Hm Siehst du das passiert nun Ist das Warum baust du so ne komische Treppe Da bricht man sich doch die Pfoten bei Ich wollte gerade fragen Das kann doch nicht richtig sein oder? Ja man Die Energie muss sowieso in der Mitte durchgeleitet werden Dementsprechend müssten wir schlussendlich hier eine ganze magische Strecke durchbauen Und das ist die magische Specke Weißt du was? Zweifelt nicht an meiner Entscheidung Begrüßt sie mit offenen Armen und sag Ich zweifle nicht Du bist genial Er steht an der Kante Weg mit dir Du bist an der Kante Nicht streiten Ja das ist schon das dritte Mal Jetzt hast du es verdient Katze hör auf Au Kriegst ihn da nicht runter Katze Jetzt lass es doch Der ist gemein zu mir Ja ja selber gemein Ich baue so schön Turm mit und der ist böse zu Katze Ja ja Wir machen das nur für dich eigentlich ne? Für mich? Wisst ihr immer was ihr davon bekommt wenn nachher die Magie da ist? Ja Bier Ja du kriegst so viel Bier und Geld wie du dir das nur wünschen kannst und Katze kriegt unendlich Fischies Okay Katze ich glaube wir sollten ihn ruhig machen lassen wir machen einfach was er sagt und klappt schon Nicht schubsen Katze Keine Kante Kannst mich nicht schubsen Nja Schubs Au Ah Blödian Au Ich bin dafür wir gehen schlafen ihr seid alle schon überarbeitet Okay Ich hab die ganze Nacht nicht geschlafen ich hab Wache gehalten Dann wache halte ich heute Wache Sehr gut du erst nach und morgen wieder Katze Ich hab hier jetzt auch nen Wachturm Äh in dem Fall Gute Nacht miteinander Aber ich lass das hier unten nicht offen mit den Monstern ey Dann mach das zu mit den Monstern ey du mit deiner Jugendsprache So Gute Nacht Kannst du nicht mit deinen Stinkepforten in mein Gesicht schlafen? Hey Mann Jungs wollt doch nur dann hier von mir hin schlafen Ja du kannst hier von mir einfach nur nicht mit den Pforten in mein Gesicht rein Ja jetzt mag ich nicht mehr Komm Gute Nacht Katze Gute Nacht schnach ich drüb Bis zum nächsten Mal.